Ein ganz herzliches Willkommen bei Blacktree Gaming Medieval Dynasty, die nächste Runde Winter 3. Wir haben fast das erste Jahr schon fertig, Leute! Ja! Ja, geil! Ähm, ja, viel ist dabei, ihr habt's gehört. Dabei ist auch unser Topjäger Junior und ich friere, wie geil! Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Salih Junior! Gerade eben sag ich's noch. Ja, eben. Aber ich bin jetzt laufwurz gerade wieder am Wasser ins Lang. Nee, ich friere auch im Dorf. Ich friere auch im Dorf. Ich habe nur noch elf Hackeln. Hehehehe. Ja, also ich bin gerade auf dem Weg, ein paar Schweinchen zu kaufen. Maclornica. Oh, Kupferherz. Sehr schön. Kupfer. 75 Münzen. Oh, das lohnt sich. Irgendwie kippt der Wagen. Zack! Ach. Salzfleisch. Das Steinglaser liegen. Steinspitzarier. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, die Leute in unserem Dorf kennen mich gar nicht. Nee, woher auch? Ich glaube, die haben mich einmal gesehen, wo ich gesagt habe, jo, komm zu uns und dann nicht mehr. Ich frutz mal Fleisch. Ja, ja, ja. Der hat sich ja ordentlich die Nase durchgeschallert glatt. Ah, Salzfleisch hebt länger, gell? Ja. Ich habe Salz mitgebracht. Ich habe Salz mitgebracht. Ich habe Salz mitgebracht. Ich habe Salz mitgebracht. Oh, scheiße. Ich muss eine Fackel bauen. Junior, hätte ich besser noch eine können mitgeben. Wo kriege ich jetzt Stroh her? Wo ist das nächste Wasser? Ah, da aus. Ne, was wollte ich jetzt? Ach, Salz wollte ich rausholen. Oh, 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 oh. Scheiße, jetzt frier hier. Jetzt gibt es hier kein Ried. Nein! nicht genug hohstoffe für gebraten ist als fleisch ich habe es so reingepackt ach so ich muss das salzfleisch herstellen wie stelle ich salzfleisch her ich glaube ich habe jetzt über 100 fleisch gemacht aber es gibt es hier nirgends scheiß riet nicht sterb gleich wenn ich kurz vor kloniker trockenfleisch genau machen salzfleisch geht hier nicht mehr die zeit verschienen und dann habe ich auch nix dafür brauchst du doch geparktes fleisch oder ich finde den punkt gar nicht wo ich das mache ich kann hier nur trockenfleisch machen ja das ist ja so ein frage hier trockenfleisch wahrscheinlich sogar länger trockenfleisch alter das wäre ja fast erfroren leute ich habe quasi ich stirb gleich nein komm nein lecken nein ich stirb stehe jetzt weg war sie wieder verloren trotz fackel ja ich habe so unterkühlt ich muss da fucking kliniker 30 30 habe ich nicht die besseren fahren nicht eben länger oder eben viel länger als so eine gebe ich jetzt aber nicht raus ich brauche die ja nicht das ist doch für die quest oder was gibt mir jetzt doch was ging das ich wieder loslaufen kann am besten fünf oder so danke nächster versuch klonika zu erreichen liebe leute das dauert jetzt ein bisschen bei mir fragen nicht aber ich muss erst was essen ich kann das richtig vergessen ist so geil also jetzt wirklich reiner zufall aber ihr seht es ja oben in der leiste oben man sieht genau die richtungseiste überhaupt nicht ich habe noch 900 meter zu rennen 20 fleisch zu machen 60 im lager ja noch mal ja 40 bei mir deswegen ja ich habe noch gerade eben noch mal 60 reingemacht ein bisschen schwimmen hier und hat mich ein bisschen mit dem salzen ich habe gedacht dass das war hat man noch verbraten das ganze salz finde ich glaube irgendwas kann man dann später noch mit tot oder sowas machen ja gut wir kriegen erst der miene da immer wieder raus waschen und das wie das bohnt ist kein problem ja und da geht doch du jagen und laber ich und mich hier zu die ganze zeit mensch die man was arbeiten schweine backen besser stehen sie hier in der bude herrten tiere fangen von sich von selber haben die exe jetzt eigentlich 90 taler gebracht ja ja okay holst du jetzt schweine ein ich versuch's ja ich versuche es nur 480 meter und und so und und trockenfleisch aber geil ich glaube ich gerade macht ja noch 60 jahr noch dauert es halt wieder so dass ihr das machen müsst ja aber das ist für uns wichtig ja das salzfleisch oder trockenfleisch was macht das gerade trockenfleisch weißt du das ist so typisch hier morgens um zwölf sitzt der quartiermeister in der kneipe ja gleich mal ein frühstücksbierchen nein da ist doch dort ein haferschleim gedöhnt oder sonst irgendwas wo haben wir jetzt das geld hinbekommen hat jemand von euch jetzt das geld bekommen ich kann sein dass ich es gekriegt habe was ja gut ist wenn er jetzt gerade speine holt holzstamm brett und stock könnten wir machen oder in kalt viel dynastie revotation brett muss halt beim seger machen ja oder haben wir auch noch flage jetzt rennt da ein scheiß bär mir direkt vor die nase was haben wir gelernt warum bär nicht wegrennen weil dann glaubt ihr ah du bist beute ach so und es funktioniert jetzt sind da wölfe und ich hab fast keine auftauch mehr ja wo bist du junior ich bin gerade in er so wir was soll ich da hinbringen bretter warte 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 ich kann sie genau sagen drei bretter drei bretter und sechs holzstämme holzstämme kannst du dort abholzen und brech ich jetzt hier kurz ab ab hoch alle wie ich in der pampa rum rennen erst bär dann wolf alles ausweichen müssen umfasschkeitszustellen hier ist schon mal auf die karte wo ich weg glaub ich nehm da noch so ne quest an oder von so einwohnern sorry wie viel holz bretter brauchst sechs oder was ich glaube wir haben keinen platz das kein platz mehr häuser mit mann kein platz wir könnten mal noch weiber für uns anpacken ja eben kann man jetzt auch noch welche aus dem aus dem anderen dorf mitnehmen ich meine halt überzeugen dass sie in dein dorf kommen ich weiß gar nicht ob du komplett andere leute reinziehen kannst ach ja der baum hat einen zitteranfall ich glaube es nicht ich bin tatsächlich im äh äh klonika gelandet jetzt gibt es ja keine schweine mehr na dann schlachte ich aber hier ein paar da kackt gerade eine so ein eber gekauft so ist voll noch tierfutter steht ja nirgends gern wie viel du brauchst oder tierfutter meine ich jetzt wenn ihr in piastovia seid schaut mal ob ihr ein tierfutter kaufen könnt weil bei der schweine tussi kann ich es nicht kaufen das wundert mich jetzt wissen weil früher ging es da immer ja geht glaube also ich meine ich habe es schon gesehen ich könnte was aus dem sack klauen aber aber normalerweise bei marcus Oh nein, jetzt bin ich verreckt. Ich habe nicht mehr auf die Kälte geschaut, aber jetzt bin ich wirklich daheim. Das ging jetzt schnell, als erwartet. Meine sind schon da. Ich auch. Jetzt rennt da eins rum. Wo ist der Zaun? Was macht da so ein Mini-Town dahin? Ja, kaum Stöcke, weißt du? Reicht doch erstmal, für zwei Schweinchen. So, rocken. Bist du eigentlich da mit deinen Brettern? Ich bin gerade losgelaufen. Ich musste erst noch Fackeln bauen. Ah, okay. Ähm, rocken bräuchte man. In der Stadt, bitte. Äh, kaufen. Aber ich habe kein Geld. Ja, auch nicht. Ach so, ja, wenn wir die Quest abschließen, dann schon. Oder? Nee, dann kriegt auch irgendwie das Geld. Ein bisschen Tierfutter kann ich jetzt machen, aber... Na, wieder dräng ich halt nach Schönstatt. Ich habe 423, habe ich noch. Alter, was ist unser ganzes Problem? Wohin? Haben wir 70 Haferkörner? Wird verheizt immer. 70 Haferkörner, ja, aber da kann ich nichts mehr anzählen. Und das ist nicht gut. Da stehen Bretter um, ich könnte abkotzen. So, wo bist du? Oder wo muss man es abgehen? Ich bin grad beim Marktplatz. Ich bin grad beim Marktplatz. Da bin ich. Äh... Du, die Schweine stören deinen Sound komplett gar nicht, gell? Toll, 7%. Okay. Ach so, ich muss es zu der Wahn bringen. Das mit der Krähe könnte man vielleicht noch annehmen. Ich habe ja eine Bogen. Ich habe ja eine Bogen. Die Quest. Ja, hast du was zu mir jagen? Ja. Gerne. Wie gesagt, ein Bogen. Wolltest du mir geben und ich mach's, oder? Von mir aus? Ha? Von mir aus? Ich kann es aber auch machen. Niemand hat die Absicht, deine Kranzade zu erbauen. Wo bist du jetzt? Ja. Ich geh jetzt wieder, oder? Oder machst du es? Hm? Ich oder du? Moment. Ne, nicht Moment. Ich oder du? Also ich. Hast du noch Pfeile, oder? Ich bin grad dran, okay? Ach so. Ich bin grad dran, okay? Ich werde den Bogen wieder, okay? Weißt du, wie es geht? Ja, ich muss irgendwie draufziehen, oder? Komm mal mit. Ne, warte mal. Ich muss erstmal die Pfeile suchen. Ich muss in die Pfeile jetzt. Ich muss in die Pfeile jetzt. Ja. Hat eigentlich schon mal jemand erwähnt, dass das Spiel zu viel Druck macht? Ja, ich hab's doch. Ich weiß, wie es geht. Sicher. Ja. Stell dich mal hier hin. Und dann zieh mal da unten auf das Ziel. Brauch ich doch jetzt nicht. Jetzt so ein bisschen zu gucken, wie es klappt. Ja, ja, das kann ich. Ich schieße jetzt erstmal hier. Äh, real. Ja, ja. Ich muss doch welche schießen, oder? Wieviel muss ich denn schießen? Ich weiß gar nicht. 47. Das müsste man aussuchen. Ja, vier Stück. Ich renne da gerade durch mein Kräden-Ding hier. Hast du noch wackeln? Ah, ich hab noch zwei. Jetzt noch einen. Ah, haferkornhammer? Wer hat denn eigentlich WhatsApp an? Hört ihr das? Ja. Das solltet ihr eigentlich nicht hören. Sogar. Warte mal, was ich. Ich hab früher sagen können. Ja. Ah, da jetzt. Äh. Ja. Oh. Dau. The taxes here are incredibly high. Have a nice day. Die Bärde mit 4,5 Taus sind auch nicht gerade günstig. Na gut, die sind ja auch wirklich tief. Komm, landet wieder ihr Krähen, Mensch. Abschalt nicht so nah dran? Oh, scheiße, ich verreck dich. Fuck! Ja, bis jetzt aufgehören, das geht ewig. Ja, bis jetzt aufgehören. Äh... Ach, unser Dörfle, wenn es da hinter dem Hügel erscheint, das ist so toll. Gibt's eigentlich einen bestimmten Zeitraum? Wann die NPCs wechseln? Äh, Jahreszeit. Ah, okay. Wir schreiten eigentlich so rum, als wäre der gerade abgestochen. Glaub ich nicht. Wo ist jetzt hier so ne... Wir sind jetzt hier auch noch Krähen, wo wir gerade sind? Ah ja, vor mir. Nein! Du bist doch ein Aff! Wieso? Du, ich war gerade am Krähenjagen, jetzt rennst du da durch, jetzt sind ich gerade weggeflogen. Hehehehe. Jo, die setzen sich nach zwei Sekunden wieder. Ne, eben nicht. Du musst halt besser jagen. Hoho. Äh, mal ne Frage, haben wir jetzt noch Geld auf der Peite für unsere Steuern? Ne. Ne. Dann darf der Fehlgleich noch mal Kupfer. Du hast ja alles ausgegeben, ne? Ja, klar. Aber jetzt sind ja mal die Steuern gedacht. Ah, das kriegen wir schon noch hin. Ja, klar. Ich mach Säckchen. Geh lieber Kupferkloppen. Ich weiß nicht, ob wir bei der Erkundung gesagt haben, hier bei der kleinen Insel gibt so unendlich viele Ried. Reicht uns ewig. Ich hab gerade das letzte abgeahmt. Nein, das war ne Taubung. Die stehen unter Naturschutzgebiet. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Nicht jetzt. Oh. Äh. Es sind Tauben. Scheiße. Dann geh ich halt doch wieder da rein. Oh. Oh. Was pusht denn eigentlich wieder Gesundheit? Essen. Schlafen. Essen. Aber nur bestimmt das Essen. Oder wie? Ja. Es steht alles drunter. Alter Leute. Ich krieg dumm. Jetzt schon sechstum. Na gut. Scheiße. Ich liebe Scheiße. Und jetzt haben wir den Scheiß Winter Ball hinter uns. Hahaha. Hast du letztens nicht noch gesagt, Winter ist so geil? Hahaha. Was hab ich gesagt? Da müssen wir jetzt noch ein bisschen Steinmesser haben. Ich hab nichts zu fressen dabei und verrecklich wieder. Ja. Ich muss was trinken. Aber das war's nicht wichtiger. Ah doch. Ich hab was zu essen. Haha. Achso. Es bringt nichts. Scheiße. Ich brauch was für Gesundheit. Ah. Ich hab nichts für Gesundheit. Ich hab nichts für Gesundheit. Bäh. Bäh. Wir müssen bald mal schlafen, weil ich hab ähm... ich fahrhunger gleich du könntest mal ne Fackel anmachen Junior oder reicht das Lagerfeuer hier Lagerfeuer reicht eigentlich so hat es nicht gereicht ich habe wenig Leben ich habe unheimlich viel Hunger und ich erbringe fast genau ich habe Durst fast unsere Führer 40 und 20 das Ding hat warum da bengen den Cran ja ist es vorbei oder ist es vorbei oder ist es vorbei oder weiß ich nicht auf jeden Fall haben wir 20 Punkte Abzug bekommen ach du bist immer noch an der Quest dran Phil ja wir stehen die Leute gerade hier im Weg um die Krähen zu jagen du ich könnte abkürzen ach schnick scheiß Krähen landen aber auch nicht weißt du abkür mich bloß nicht ich habe minimal Leben noch ja wenn du mir jetzt irgendwas mit Essen wegnimmst ne ich bin so tot boah ich muss ich muss jetzt irgendwo was essen ja hier ich habe gerade gebratenes Fleisch in die Kiste gemacht ja wenn es auch nur so ein kleines kleines Stück Apfel ist ist doch ein Stück Fleisch das geht eh kaputt boah ich muss doch die Quest jetzt schaffen ja Mensch Question ja ich brauche nur zwei Krähen aber die scheiße hier landen nicht muss ich sie eigentlich nur killen oder ja ja neues level landwirtschaft jetzt muss man immer noch mit der wahn sprechen ja rennen ja ich muss erst mal finden den tipp ja der ist in Piasdovia 40 Minuten Zeit Phil ich renne nein ich bin verreckt ja geil ich habe nur noch 400 Meter vor mir ja was 400 Meter vor dir oh es wird er warm kannst du da hingehen oder was ne wir können da alle hingehen ah geil ok dann mach du das renn mit falls ich sterbe ja ich habe 500 Meter also sag an wenn ich rennen muss renn Phil rennt weil der Junior ist fast tot wir haben den Winter aber rumgebracht ohne Brennholzprobleme gell kurz kurz herzenfakt meine Fackel ist gerade kaputt gegangen hat perfekt gepasst dann oder ja dann kann ich tatsächlich umstellen auf Stücke da haben wir dick im Frühling brauchen wir noch keine kein Brennholz ja nein 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 schauen wir mal ob die Quest rum ist ja ach Leute vielen Dank fürs zugucken liebe Menschen ja 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 lasst ein Abo und Like da wir machen noch weiter ja da bis zum nächstes Mal tschüssi Danke.